malzeit liebe trader und investoren sehr geehrte damen und herren ich begrüße euch recht herzlich zum taktischen video scoring heute am mittag des 28 november die zeit 12 30 ich bin thomas jansen chief investment officer herzlich willkommen so gehen wir direkt mal rein in die aktuelle taktische bestandsaufnahme die ist seit ein paar minuten online im tmma bereich und wir sind nach wie vor in einer orientierungsphase der bitcoin wird von mir nach wie vor taktisch neutral eingeordnet wobei die betonung liegt auf noch denn wir haben in unterschiedlichen analyse bereichen schon deutlich negativere weichenstellungen beispielsweise hier unten im bereich quant screening ja schauen wir uns das mal an also wir sehen hier im chart eindeutig der markt ist unter karma low tracker gerutscht unter die beiden glättungslinien bei 37 2 und 37 300 auch wenn das nur ich sag mal eine jetzt noch kein großer rutsch unter diese beiden glättungslinien ist so ist er doch veritabel ja denn er besteht nun schon eine gewisse zeit und je länger der kurs hier nach unten drückt desto größere auswirkungen hat das natürlich hier unten auch auf den thermosensor ja also wir sind jetzt hier moderat abwärts gerichtet nachdem wir noch einmal inklusive negativer divergenz im vier stunden chart hier in die obere extrem zone reingelaufen sind ja also das ist hier noch mal ordentlich durchgebacken worden im backofen und jetzt dreht die ganze schose also vorsicht ist schon angeraten ja insbesondere wenn wir hier diese dünner zone unterschreiten die konnte zuletzt ein paar mal mit zähnen und klauen verteidigt werden ich moderiere das mal gerade für euch also ihr seht das hier ja hier wurde die untere dünner zone verteidigt rücksetzer ganz schnell wieder hoch rücksetzer ganz schnell wieder hoch auch hier wie shape recovery und neues top also der markt hat wirklich manschetten hier unter diese dünner zone abzurutschen die bei 36 1537 die unterkante hat ja das muss im auge behalten werden denn darunter können wir wirklich dann schnell in richtung 35.000 us-dollar rutschen also das ist das was ich meine wenn ich sage dass wir schon erste ordentliche bremsspuren in den charts des bitcoin haben zumindest was den intraday bereich betrifft um vielleicht noch ein bisschen bei den indikatoren und dem volumen zu bleiben gehen wir hier direkt mal rein also wir wurden jetzt erneut an der oberen rejection area an der oberen an der upper rejection line geblockt ja die ist bei 37.500 verdichtet sich hier mit diesem top level balancing niveau aus dem tageschart also auch hier ist relativ gut zu erkennen dass der markt momentan zwar möchte aber nicht so wirklich kann einmal zweimal dreimal viermal fünfmal den ausbruch versucht über dieses areal und immer wieder geblockt worden ich sag mal so solange wir hier unten dieses tief und dieses tief verteidigen ist ein nochmaliger angriff ja vielleicht noch mal so eine dreier konstellation in richtung 38 8 39.000 us-dollar auch noch nicht vom tisch ja also der markt befindet sich zwar mittig in dieser range ja hier in dieser value area aber er muss um wirklich ein neues kapitel aufzuschlagen muss er hier unter die lower rejection ja also hier sind zuletzt auch ein paar mal stabilisiert worden ganz konkret brauchen die bären einen durchbruch um dann in richtung 35.000 us-dollar zu laufen hier in richtung dieser tiefpunkte hier ist auch die obere ablehnungsgrenze aus dieser value area also das ist etwas was die bären erzwingen müssen die müssen hier unter die lower rejection von daher ist die 36.381 sehr sehr wichtig im kurzfristigen bereich ja solange die hält kurzer angriff in richtung 39.000 noch nicht vom tisch aber die uhr tickt wie wir gerade bei den indikatoren gesehen haben ok gehen wir rüber in die abteilung linien und kanäle auch dort kurzer blick aufs aktuelle update wir sehen dass das geschiebe hier auf hohem niveau weiter geht dabei haben sich zwei sehr sehr wichtige linien heraus kristallisiert auf der unterseite tsi 1 tsi 2 in kombination mit diesem horizontal support hsi 1 ist das die bastion die verteidigt werden muss ja solange das gelingt auch hier jetzt die entsprechende die entsprechende verstärkung dessen was wir gerade besprochen haben im volumen chart und im quantz chart auch hier sehr sehr wichtig 36.350 solange das hält ist ein nochmaliger angriff hier oben nicht vom tisch ja das kann dann durchaus auch noch mal ein bisschen ziehen aber wir sehen schon hier einmal zweimal dreimal sehr sehr signifikant geblockt worden ja also ein nochmaliger schub noch einmal ein klitzekleines top oberhalb dieses levels vielleicht 38 5 38 39k glatt ja und dann wäre auch wellentechnisch eine weitere bedingung erfüllt eine weitere zutat für eine neue bewegung ja und bei elliot wave und fibonacci steigen wir jetzt ein gehen wir mal ganz kurz rüber ja also wie geht es weiter strukturell wie ist die struktur des marktes was können wir aus der elliot wave insbesondere intraday herauslesen